dort wird so ein paar vorletzt er hat zwar künftig es geht weiter ich wir haben die Zukunft der Wüstenburg weiter so aus so nicht hinkommen aber immer ich darf nicht also die Schweine rennt dann einfach runter die Selbstbord das sind jetzt Spurten und und komm rennt jetzt lauf Alter, das Lenken ist ja voll schwer. Das ist ja voll der... Wow. Oh! 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 Ach komm jetzt! Oh! 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 Nein, da bekommst du keine Münzen, äh, warum sag ich denn immer Münzen, Leute, Rubine natürlich, ich meine Rubine, was habe ich in meinen Münzen, alter, so, ähm, ja, ja, genau, es fängt ja gut an, ja, es fängt ja echt gut an, es ist nicht wahr es ist nicht wahr was ist denn los warum komme ich da nicht mehr drüber das ist so ein schlechter Witz jetzt das ist ein schlechter Witz aber sie muss den konventionellen Weg gehen es klappt so nicht es ist doch nicht wahr Alter was ist denn los da bin ich immer so durchgekommen das ist doch nicht wahr geht auf wunderbar gut wundervoll also einmal durch Und dann nach links. So. Viel Zeit noch. Zehn Minuten. Okay. Ja. So, hier? Da war? . 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 Ja, was ist es doch? Ich glaube, die tut. Geh auf. Link, zieh doch! Ich mache fünf auf den Schiff. In der Basis soll ich noch Gurkofive schütten, aber ich schlafe und schlafe. In seinem Ernst-Dockel-Dockel-Dockel-Speking-VA-Fuch. Ich finde, ich habe es gut gemacht! Das ist das Schiff-Medicke-Ansatz-Deutsch, für eine Einheit, die Tante in der Wasserstunden haben. Ich lasse mir ja, was ichποιen, Achtung. Wunderbar. Das war's? Ne, hier unten gibt's noch was. B2. Wie guck ich nach B2? B2. G3. Eh? Me neither? Redheaderonätt. Was ist denn alles? Was los? Hier war ich noch gar nicht Doch, war ich wohl Nein Nee Nö, nö So nicht So 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 Was hab ich's denn So So Ich muss Vorne Wie komm ich da hoch jetzt? So 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 Vielen Dank. Jetzt noch eine Satztruhe. Jetzt muss ich den ganzen Weg zurücklaufen, oder? Natürlich. War ja klar. Aber war nicht alles zu erwarten. Aber immerhin. Also wir enden dem Part. Wir sind jetzt dann draußen wieder. Und dann bis nächstes Mal. Nicht vergessen. Würdest du das Video mal kommentieren. Teilen mit mich. Abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.